Herzlich willkommen, heute mal ein etwas aktuelleres Thema, nämlich soll es heute um Chat-GPT gehen und die Einflüsse auf den Arbeitsmarkt und auf geistiges Eigentum. Wem das Ganze nicht sagt, ich werde es ja nicht ausführlich erklären, also es ist halt so eine AI, die jeder benutzen kann, also man kann sich da anmelden, ein Konto machen mit E-Mail und ich glaube Telefonnummer und dann kann man dem Computer, also dieser künstlichen Intelligenz Fragen stellen und es ist nicht so, wie es halt vorher war, dass die AI sehr brachial war, sondern jetzt halt ein neues Level erreicht hat, die Technologie und halt schon erstaunlich kreativ ist. Also man kann fragen, ja, schlag mir eine Marketingkampagne dafür vor, erklär mir dieses und jenes und die Ergebnisse sind echt ziemlich gut, weil die können sich wirklich sehen lassen und ja, halt auch so kreativere Sachen, also schreib mir eine Geschichte, dann kriegt man eine Geschichte und dann kann man sagen, ja, schreib mir die etwas düsterer, schreib mir die ein bisschen fröhlicher und dann korrigiert die AI diesen Text dann halt und das ist sehr interessant. Und ja, genau, wie jede bahnbrechende Technologie wird diese Technologie sehr viele Arbeitsplätze vernichten, also wenn ich mal, ja, da so daran denke, Textschreiber oder so an meinen, also an meinem Beruf, was ich gelernt habe, Onlinehandel, da werden wahrscheinlich einige Stellen abgebaut werden, also wahrscheinlich nicht direkt, weil man erstmal die AI, ja, kontrollieren muss und dann die Arbeit der AI hauptsächlich kontrollieren wird, also statt es selber zu schreiben sozusagen, aber ja, da werden manche Leute wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Gefühl haben und so sagen, oh, okay, da wird dann meine Stelle abgebaut. Ja, also natürlich kann ich das nachvollziehen, weil ich ja, wie gesagt, selber das Thema Onlinehandel gelernt habe und ja, wir haben auch viel Datenverarbeitung gemacht, also Einträge in Excel-Tabellen oder so, die dann wahrscheinlich von, ja, so einer AI übernommen werden. Ja, aber man muss bei so einer Technologie wirklich das größere Bild sehen und zwar, dass wir im Endeffekt weniger Unnütze und mehr sinnvolle Arbeit haben und wir in dem, was wir tun, viel produktiver sind. Also wir schaffen an einem Tag viel mehr Sachen, ja, weil wir manche Sachen an die AI delegieren, das dann kontrollieren und dann kann man das halt viel schneller abhaken und der größere Impact ist halt, dass man ganz einfach aufgrund des technologischen Fortschritts und mehr Produktivität fallende Preise hat, ja, ganz einfach. Man hat reales Wirtschaftswachstum und dann werden sehr, sehr viele Sachen billiger. Also zum Beispiel, wenn man heute ein Haushaltsgerät kauft und da ist eine Anleitung drin, da ist die ja nicht nur auf Deutsch oder Englisch, sondern halt in 10, 20 Sprachen und da sitzen halt heute Leute, klar, die machen das auch mit Google-Übersetzer und so teilweise, aber die müssen es halt übersetzen, ja. Und bei so einer AI, da kriegt das Ganze dann einen ganz besonderen Twist, wenn es um so Übersetzungssachen geht oder auch Code übersetzen, ja, von einer Programmiersprache in eine andere, wird es sehr interessante Auswirkungen haben und ja, wie bei jedem Freihandel, der halt ein wirklicher Freihandel ist, profitiert jeder auf der Kundenseite. Man muss am Rande natürlich auch noch erwähnen, jede neue Technologie schafft auch Arbeitsplätze. Ich weiß nicht, ob es netto mehr gibt, aber muss es auch nicht. Also man vernichtet halt Arbeitsplätze, die unproduktiv sind und kriegt dann halt ein paar, die wesentlich produktiver sind, als die, die weggegangen sind. Und darum, das ist das, worum es geht. Also viele glauben das ja, dass, ja, wenn der Staat Arbeitsplätze schafft, dass das was Gutes wäre, ja, aber wären das vernünftige, sinnvolle Arbeitsplätze, dann hätten Unternehmen das ja schon längst gemacht, wenn die Industrie halt, ja, freigegeben ist natürlich. Aber wenn der Staat unproduktive Arbeitsplätze schafft, ist das nichts Gutes. Also es bedeutet unterm Strich, wir alle müssen mehr arbeiten, ja. Beim, beim, ja, bei sonst gleichen Bedingungen, keine Ahnung, ist es entweder ein Gleichbleibender oder ein sinkender Lebensstandard. Und ja, in der Regel kommt natürlich Verschwendung bei raus, wenn der Staat Arbeitsplätze schafft, wie er es nennt, oder Arbeit schafft. Manchmal etwas schlimm, manchmal sehr schlimm. Und ja, natürlich erzählen Politiker und Co., ja, wir müssen Arbeitsplätze schaffen und dies und das. Aber sie erfinden halt, ja, einfach Begründungen, um Geld zu verbrennen. Also ist ja logisch, weil wenn man sich das mal überlegt, ein klassisches Beispiel ist, okay, wir können in der Straße einfach alle Autos zerstören und, ja, da haben wir auch mehr Arbeit, aber ist ja nichts Gutes, mehr Arbeit zu haben. Und genau ist das, was das, ja, jetzige System quasi auch macht bei Kriegen, ja. Also wenn man sich fragt, okay, warum kann ein Krieg gut sein? Ja, im gegenwärtigen System ist es gut, weil das auf Ausgaben quasi den Wert legt und, ja, Staaten von sowas profitieren und der Einzelne logischerweise nicht, ja. Also logischerweise ist es kein Wirtschaftswachstum, wenn man irgendwo alles zerbombt. Und das Wichtige ist, wenn Arbeitskraft durch so eine Technologie, ja, augenscheinlich Arbeitsplätze zerstört werden, muss man erkennen, das ist nicht einfach eine bloße Zerstörung und dann wächst auf dem Boden nichts mehr, sondern das Ganze ist eine kreative Zerstörung. Also diese Technologie macht diese Arbeitsplätze unnütz und durch Preissignal und durch den Markt hat man dann quasi das Signal, okay, es macht keinen Sinn, einen Menschen in ein Callcenter zu setzen und dem 12 Euro zu bezahlen. Die Stelle wird durch eine AI zum Beispiel vernichtet, jetzt nur ein Beispiel. Okay, es macht viel mehr Sinn für denjenigen, Gebäude anzustreichen oder so, weil wir da keine Maschine haben oder so und dann gibt es halt einen finanziellen Anreiz und dann muss derjenige halt mit seinen Fähigkeiten gucken und so und halt abwägen, okay, lohnt sich das für mich oder ich kann das überhaupt nicht, ich mache lieber was anderes. Und dazu ist diese kreative Zerstörung halt da und die ist halt supergut, damit ja die Arbeit immer an die Stellen hingeschickt wird, wo sie halt produktiv sein kann. Eine Sache, die diesen Fortschritt natürlich etwas behindert, sind Gewerkschaften oder sonstige Regulierungen, die diese Fortschritte blockieren können. Sie können sie nicht verhindern, aber sie können der Wirtschaft noch ein bisschen schaden. Also wenn wir uns vorstellen, Autos kamen neu und es gab ein paar Kutscher, hätte es sein können, also mit diesen Gewerkschaftsmechanismen, dass die Kutscher gesagt hätten, okay, wir machen eine Gewerkschaft und wir fordern jetzt Strafzölle auf alle Autos, die angemeldet werden oder so. Damit hält man den Fortschritt nicht auf, weil es halt wirklich sehr effizient ist, aber man schadet der Wirtschaft, man probiert da noch so ein bisschen zeckenmäßig quasi da so ein bisschen noch für sich abzusaugen, obwohl es halt eigentlich der Gesamtwirtschaft und dem Einzelnen logischerweise schadet. Ja, man verklumpt dann sozusagen die Arterien der Wirtschaft mit solchen Regulierungen und dem Blockieren von Fortschritt. Ob das Importzölle sind oder was auch immer, das ist alles halt hat denselben Effekt. Schadet hauptsächlich denen ohne Sonderprivilegien, also allen, die dann nicht in der Gewerkschaft sind oder so, die nicht sozusagen ihre Unwilligkeit, den Arbeitsplatz aufzugeben oder so, durchsetzen können. Ja, also alle, die dann nicht in der Gewerkschaft sind, die keine Sonderprivilegien haben, keine regulierte, genehmigte Instanz sind oder so ähnlich. Ja, und in dem Fall ist es auch gut, dass die Kutscher natürlich keine Gewerkschaft hatten, um den Fortschritt aufzuhalten. Vielleicht hatten sie auch eine, also informiert mich da, wenn ich falsch informiert bin, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder so. Aber meines Wissens nach gab es es nicht, ja. Weil ja manche sagen, ja, Gewerkschaften erhöhen den Wohlstand oder so. Es geht halt nicht. Also es ist halt, ja, nicht möglich durch so eine Art der Erpressung quasi, indem man den Kunden oder den Rest der Gesellschaft erpresst, den Fortschritt zu erhöhen. Man kann den Fortschritt erhöhen, wenn eine Gewerkschaft nur dazu da ist, sich zum Beispiel gegenseitig Kranken zu versichern, also auf Gegensätzlichkeit. Da kann eine Gewerkschaft natürlich den Wohlstand erhöhen. Oder bei einer Genossenschaft auch, wenn die Kunden damit natürlich nur zufrieden sind. Aber durch so Regulierungen, ja, wie Strafzölle oder was auch immer, wie soll das gehen? Also das ist halt einfach schlecht. Ja, es ist aus vielen Gründen schlecht. Für den Kunden wird es teurer, dann haben die Firmen einen geringeren Anreiz, in dieser Branche weiterzumachen. Gehen natürlich woanders hin, weil auf der Welt, ja, manche halt da rückständig sind in diesen Bereichen. Protektionismus heißt das auch und manche halt eben nicht. Und das sind halt dann die ganzen Gewinner, ja, natürlich. Also es gibt dann immer Gewinner, wenn Leute den Fortschritt nicht wollen. Gut, er kommt sowieso. Dann woanders halt früher und trifft auf fruchtbareren Boden, genau. Ja, manch einer mag dann noch argumentieren, dass die Digitalisierung und andere Paradigmenwechsel die Reallöhne bzw. den Wohlstand insgesamt nichts erhöht haben wie gedacht. Also ja, okay, heute sind Handys günstig und so. Und man hat Telefonrechnungen dann nicht mehr in dem Ausmaß wegen WhatsApp und so. Aber wenn man sich mal überlegt, wie krass diese Fortschritte sind, so stark ist der Wohlstand eigentlich nicht mehr gestiegen. Seit 40, 50 Jahren und die Arbeitszeit ist auch nicht gesunken. Ja, wir haben immer noch so ungefähr 40 Stunden Woche meistens. Und teilweise ist der Wohlstand sogar gefallen, wenn man daran denkt, in welchem jungen Alter zum Beispiel Babyboomer-Generation Häuser gekauft haben und wie schnell sie sie abbezahlt haben. Oder wie die Qualität vieler Waren einfach schlechter geworden sind. Wir haben heute Billigprodukte, die wir nicht hatten, die die DDR auch nicht hatte oder so. Wie kann das denn sein? Also vielleicht ist der Kapitalismus ja einfach kaputt und wir brauchen was anderes. Diese Beobachtung ist richtig. Das muss man auch dann den Linken lassen sozusagen, wenn sie sowas sagen. Aber ja, die Wurzel ist natürlich eine andere. Nämlich, es gab natürlich Effizienzgewinne, aber der Staat hat sich das Ganze über die monetäre Inflation abgesaugt. Und wenn man statt einer Kutsche ein Auto hat oder dann die Gesellschaft auf Autos packt und statt, dass jeder in den Taschenrechner eingibt, man ernst Mainframes hatte. Also das waren diese sehr großen Computer, nachher halt Heimcomputer. Natürlich ist das ein riesen Effizienzgewinn und der muss sich widerspiegeln. Und wenn er sich nicht widerspiegelt, das ist nicht der Kapitalismus kaputt oder so, sondern jemand hat sich irgendwo da zwischen, also zwischen den Technologien und der Wirtschaft bei diesen Gewinnen dann halt die Taschen voll gemacht. Und das ist der Staat, der das gemacht hat über die monetäre Inflation. Wir hatten während des deutschen Wirtschaftswunders sehr hohes Wirtschaftswachstum. Aber die Mark war von der Inflation auch nicht ohne. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn man sich da die Inflationsraten anschaut, klar, es gab Zinsen und so, ist alles richtig, aber die Inflation war nicht ohne. Sie war nur in allen anderen Ländern schlimmer, vor allem gesehen zum Wachstum. Deshalb gilt die Mark heute als super stabile Währung und so weiter. Und für ein Fiat-Geldsystem war sie auch ganz okay, aber ja, unterm Strich hätte man gar keine Inflation gehabt und nur das Wirtschaftswachstum, dann wäre das nochmal eine ganz andere Tragweite von Wirtschaftswunder gewesen. Ja, was ist da passiert mit den Technologie-Effizienzgewinnen? Wo sind die hin? 1971 haben die USA den Goldstandard offiziell verlassen, inoffiziell schon vorher. Bei Gold, das kann man schlecht inflationieren. Außer man hat ein Geld, ein Papiergeld, was mit Gold hinterlegt ist. Da kann man natürlich mehr Papier drucken und das hat der Staat schon immer gemacht. In Rom wurden auch die Metallanteile von Münzen verringert. Also wenn zum Beispiel da Gold drin war, da hat man den Goldanteil verringert oder die Münzen abgeschabt und dann halt, ja, also so Sachen gemacht. So hat man halt den Wert verwässert und das gab schon, also seitdem es staatliches Geld gibt, gibt es diese Tricks. Vielen ist das bewusst, die am Aktienmarkt oder so, ja, dabei sind, die haben von dem Thema schon mal gehört, monetäre Inflation. Der Otto-Normal-Mensch merkt zwar, dass die Sachen teurer werden, aber denkt dann, okay, die Firmen sind einfach gierig. Da muss man sich fragen, okay, warum war die Firma noch nicht gestern gierig? Warum ist sie heute auf einmal aufgestanden und gierig geworden? Ja, das sind halt die Sachen. Also es ist halt, ja, das Thema monetäre Inflation. Dann kann man sich ja mal den Goldpreis anschauen vor 50 Jahren, dann kann man sich mal jetzt anschauen. Und auch wenn Gold natürlich nicht eins zu eins die Inflation spiegelt, sozusagen, sieht man da schon eine Tendenz auf jeden Fall. Ja, der Staat konnte, seit wir endgültig vom Gold runter sind, ganz bequem das reale Wirtschaftswachstum absaugen über die Druckerpresse und auch Ersparnisse darüber hinaus der Sparer. Wenn ein Sparer sein Geld auf dem Sparbuch hat, in Mark oder Euro hat, ja, kann man halt den Sparer, ohne ihn über direkte Steuern was wegzunehmen, einfach die Kaufkraft des Geldes entwerten. Du hast 10 Euro vielleicht gehabt im Jahr 2002, aber die Kaufkraft ist nicht annähernd dieselbe wie im Jahr 2022. Und, genau, das ist halt, ja, die Magie der Druckerpresse sozusagen. Das Schöne ist, auch für dieses Problem bahnt sich eine technologische Lösung an, die dem Ganzen wohl entgegenwirken wird. Meiner Meinung nach besser als Gold. Es hat nicht die Makel von Gold, es ist, ja, idiotensicherer, vielleicht noch nicht ganz idiotensicher. Und damit meine ich natürlich Bitcoin. Ich habe auch ein Video Ende 2021 gemacht zur Überlegenheit, also warum ich der Meinung bin, dass Bitcoin Gold überlegen ist. Und ich habe auch noch ein anderes Video zu Bitcoin, wo ich generell erkläre, also was sind so die größten Changer des Ganzen. Und ich sehe das halt nicht nur, oh ja, es wird halt teurer in Euro, ja, es don't go up. Sondern halt die weiteren Auswirkungen, ja, für die Menschheit tatsächlich. Und, ja, ein Teil ist halt die Wirtschaft, aber das ist wirklich nur ein Teil Zeitpräferenz und wie man handelt. Darauf wird es auch einen sehr großen Einfluss haben. Ja, soviel dazu. Kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich dem Einfluss von ChatGPT auf geistiges Eigentum. Also, man stellt sich vor, jemand, also diese AI lädt ein Manipulation-Video hoch, eine Reaction auf irgendwas und generiert mich sozusagen einfach und kann ich dann Rechte daran gelten machen oder nicht. Und wie beweise ich überhaupt, dass ich das Video gar nicht gemacht habe oder, oder dass ich es gemacht habe oder so. Was ist, wenn jemand per AI alle möglichen Text- und Pixelkombinationen generiert und patentiert? So, man merkt schon, wo das hinführt. Okay, da wird es einige Probleme geben des bisherigen Rechtssystems quasi mit dieser neuen Technologie dann noch klar zu kommen. Genauso wie es beim Internet auch schon war. Und, ja, witzigerweise war ja Deutschland beim Internet auch extrem schnell, in Anführungszeichen, diese Änderung ja irgendwie in so einen Rechtsrahmen implementiert zu bekommen. Aber das wird auf jeden Fall extrem lustig, wenn diese staatlichen, unflexiblen, fossilen Strukturen auf diese neue Technologie treffen. Und dann kommt schon die nächste und die nächste und die nächste Welle. Also sehr, ja, es wird sehr lustig anzuschauen. Und, ja, man merkt diese Gedankenkonstrukte wie geistiges Eigentum haben durch das Internet schon Riesenprobleme bekommen. Und nur, wenn man sich wirklich geistig komplett verrenkt, kann man das Ganze irgendwie rechtfertigen. Aber durch AI wird das Ganze noch auf ein neues Level gehoben. Also wird es dann noch lustiger. Ideen, Buchstaben, Klänge, Verfahren oder Pixel können keinem gehören, weil sie nicht einzigartig sind, so wie Grundstück oder so. Da hat man eine feste Koordinate. Das gehört einem. Und es gehört einem auch nicht nur, weil man einen Zettel hat oder so, sondern es gehört einem halt. Ja, weil man zuerst da war, weil man es gekauft hat, ja, weil man es nicht jemandem mit Gewalt weggenommen hat oder so. Und es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge Anordnung oder was auch immer Text oder Code oder wie auch immer ist. Oder ob wer fünf Sekunden früher die Idee hatte, einen Code so zu schreiben oder nicht. Das ist vollkommen egal. Also natürlich kann man Ideen nicht besitzen. Man kann zwar meinen, ja, ich habe hier ein Patent und wenn du das kopierst, dann komme ich mit dem Staat in dein Haus und nehme dir alles weg. Aber es ist halt die Frage, wie lange das noch überhaupt aufrecht zu erhalten ist und wie lange da auch Leute noch dran glauben. Weil ja, allein das ist vor, also bevor es AI in dem Sinne dick gab, hatten wir auch schon so Sachen im Internet wie Kino.io oder irgendwelche Seiten, die halt Bücher hochgeladen haben und so und das Ganze ist schon, ja, nicht wirklich durchsetzbar oder mit dem, mit der Sache, dass man NFTs einfach screenshotet oder so. Wobei das bei NFTs ein bisschen anders ist, weil man da eine Blockchain hat oder so. Aber, ja, also ich sehe da echt eine sehr große Chance, dieser Idee von geistigem Eigentum einen ordentlichen Kratzer zu verpassen und dass dann viele Leute einfach sagen, warte mal, ist das wirklich fair, dass ich, wenn ich ein geheimes Pizza-Rezept habe und jemand meint, er hätte einen Patent vor mir gehabt, dass dann irgendwie so ein Einsatzkommando bei mir zu Hause reinkommen kann oder so. Ja, und wir sehen das auch bei vielen Sachen, wie hart sie, also wie hart Patente und so weiter Fortschritte blockieren, ja, Medikamentenmarkt. Aber da sind sich die Leute relativ einig, da sagen sie, oh, Medikamente sind lebensnotwendig. Und da ist es gut, aber bei Kunst nicht. Bei Kunst brauchen wir Patente, um den Erfinder zu schützen oder so. Und witzigerweise wissen Regierungen auch selbst, wie schädliche Patente und Co. für die Wirtschaft, ja, für die Umwelt und eigentlich für die ganze Menschheit sind. Und, ja, sie können einfach als Entschuldigung zur Intervention für alles benutzt werden. Also, du fährst ein Auto und ein Auto hat Räder und kann man sagen, okay, ich habe hier ein Patent auf Räder und, ja, wir müssen dich jetzt leider enteignen. Oder nicht leider, wir müssen dich jetzt enteignen, weil du mein Patentrecht gebrochen hast und weil du keine Lizenzgebühr bezahlt hast oder so. Und, ja, weil Staaten eben wissen, wie dumm das ist, also wenn man Patente auf alles Mögliche hätte, ist das Ganze halt auch extrem subjektiv, was man patentieren kann und was nicht. Man muss Patente verlängern und Patente haben auch Ablaufzeiten. Und echtes Eigentum läuft natürlich nicht ab. Also, man kauft ein Grundstück und das gehört einem halt. Und da ist nicht so, dass man sagt nach 50 Jahren, okay, das gehört dir jetzt nicht mehr. Also, vollkommen absurd. Wobei, okay, bei einem Grundstück und so hat man noch Grundsteuern und so, da können wir noch drüber philosophieren, ob einem das dann wirklich gehört und so weiter. Aber hier bei geistigem Eigentum, man sieht halt, was für ein Blödsinn das halt ist. Also, wie man sich da gesangtlich verrenken muss, um das irgendwie zu rechtfertigen. Ja, bei Verfahren ist das okay, aber bei Sachen vor weißen Hintergründen fotografieren ist es nicht okay. Das ist zu weit gefasst, das Patent. Also, es ist einfach nur, es kommt nur darauf an, ob der Staat zustimmt oder nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Patent ist, ob das legitim ist, das zu patentieren oder nicht. Und fertig, ja. Und wenn das Patent zu signifikant ist, kann es auch sein, dass der Staat einem das einfach wegnimmt. Staaten halten auch extrem viele Patente. Also, so absurd ist es gar nicht. Und ja, echte Umwälzungen wie Bitcoin haben den First-Mover-Effekt und die brauchen keine Rechtsverdreher und Patentamte, um zu funktionieren. Trotz dessen, dass der Code transparent ist. Also, man kann den Bitcoin-Code kopieren und dann den eigenen Coin machen. Also, das haben schon sehr, sehr viele Leute gemacht. Die nennen den dann Name-Coin, Lite-Coin, ist vollkommen egal. Die einfach nur dann verändern sie zwei, drei Sachen an dem Bitcoin-Code oder halt auch nicht und lassen den dann laufen. Und trotzdem gibt es nur einen echten Bitcoin und der Rest ist halt, ja, je nach Geschmack, Energieverschwendung oder halt sogar Betrug. Und wer noch mehr zum Thema geistiges Eigentum wissen möchte, dem empfehle ich das Buch von Stephen Kinsella, Against Intellectual Property. Das ist ein ziemlich cooles Buch. Und wer sagt, okay, ich habe keine Zeit, das zu lesen, aber ich finde es interessant, es gibt ein cooles Zusammenfassungsvideo von den Marktradikalen. Ich glaube, das Skript hat Kapitalistische Bibliothek geschrieben, also die Slides und die haben dann ein Video daraus gemacht. Ziemlich cool. Da kann man sich angucken, wer da das Thema interessant findet und sich denkt, ja, mal überlege sich mal, der Mensch, der das Feuer erfunden hätte, hätte ein Patent darauf eingetragen oder so. Ja, das wäre vielleicht nicht so gut für den weiteren Fortschritt gewesen und egal bei was für Sachen. Ja, oder wer sich mal fragt, okay, warum sind Glühbirnen eigentlich am Anfang nicht kaputt gegangen und warum ist das jetzt ein Ding, dass sie kaputt gehen oder warum sind Drucker eigentlich so blöd. Ja, und wenn man dann die Sache nachschaut mit geistigem Eigentum, dass jemand verklagt werden kann, weil er sich ein Handy kauft und das selber repariert werden, also selber reparieren möchte und dass er dann von dem Hersteller des Handys verklagt werden kann, wie absurd das eigentlich ist. Das ist vollkommen verrückt. Ich kaufe mein Handy. Bin ich jetzt der Besitzer oder ist der Hersteller? Hat der doch noch irgendwie ein Recht, mir dazu erzählen, ob ich eine Akku tauschen darf oder nicht? Ja, oder ob ich die Software benutzen muss oder nicht? Deshalb finde ich es sehr interessant darüber nachzudenken, ja, was diese Chat-GPT-Sache mit geistigem Eigentum auch machen wird. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn ihr noch irgendwelche interessanten Gedanken zu dieser ganzen AI-Sache habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es könnte sein, dass ich euch da draußen weiter auf den Sack gehe in irgendeiner Form.